Das Gepiepse konnte einen schon stören. Trotzdem mochte Albrecht Schalanski seinen Beruf. Er war einfach abwechslungsreich. Mal operierte er einen Kreis, mal machte er Ambulanz bei einem Kleinkind. Jetzt stand der junge Mann aber am OP-Tisch. Unter das Messerbegeben hatte sich eine mittelalte und, wie man an den sichtbar zahlreichen Schönheitsbesserungen im Gesicht erkennen konnte, steinreiche Dame, die sich eine Blinddarmentzündung geholt hatte. Zumindest behauptete sie das. Erwiesen waren bisher nur Bauchschmerzen. Schalanski steckte das Narkosemittel in die Spritzvorrichtung. Er desinfizierte die Haut der Frau und drückte die Spritze hindurch. Kurz darauf konnte die Operation beginnen. Es stellte sich heraus, dass der Blinddarm unversehrt und ein Fortfahren der OP höchstens kontraproduktiv war. Also wurde alles wieder feinsäuberlich zugenäht, die Werkzeuge in die grüne Kiste für benutzte Utensilien geworfen und die Ärzte konnten sich auf ihren nicht ganz wohlverdienten Feierabend freuen. Auch Schalanski stieg schon bald in seinen Mercedes und brauste ab. Scotty war früher da als geplant. Er betrat das großzügige Gelände der Medi-Süd durch ein kleines Tor abseits der Hauptstraße des kleinen Ortes. Früher war das Grundstück von der Bundeswehr als Kaserne benutzt worden. Er hatte das Fahrzeug auf einem großen Platz geparkt, der außerhalb des Arsenals lag. Alles war nach dem Abzug der Truppen modernisiert worden. Mittlerweile hatte man das Gefühl, in einem schicken Geschäftsviertel zu sein. Nur die Gebäude waren nicht ganz so hoch. Haus 3 stand auf der Visitenkarte, die er per Post zugeschickt bekommen hatte. Das lag wohl da hinten. Er war noch nie hier gewesen, obwohl er schon seit Jahren der Gesellschaft angehörte. Die Gesellschaft war nicht nur der Spitzname von Medi-Süd, es war der Deckname. Wenn es nach den Plänen der Geschäftsleitung ging, war Medi-Süd innerhalb weniger Jahre der einflussreichste Pharmakonzern, den die Welt je gesehen hatte. Auf dem Weg zu Haus 3 kam Scotty an einem riesigen Werbebanner vorbei, der die Aufgabe hatte, junge, unverbrauchte Mediziner, Chemiker, Biologen etc. anzuwerben und Medi-Süd immer mehr Mitarbeiter zu besorgen. Die Türen waren neongrün, wie alles, was mit Medi-Süd zu tun hatte. Mit den kalt-weiß gestrichenen Wänden im Kontrast wirkte es zwar modern, aber nicht gerade schön. Scotty versuchte nicht hinzuschauen. Am Ende eines langen Flurs war sein Ziel, das Büro von Fliege. Fliege war nur der Deckname. Genau wie Scotty. Flieges echten Namen kannte fast niemand und auch Scotty würde von seinen hiesigen Kollegen nie anders genannt werden. Fliege war der Gründer des ganzen Konzerns. Es machte die Legende die Runde, dass sich Fliege vor 34 Jahren vor einer Operation betrunken hatte und seine erste Tat im OP-Saal das Trinken von 10 Millilitern Desinfektionsalkohol war. Somit war dies auch seine letzte gewesen, denn ausgerechnet der Chefarzt der Klinik, in der Fliege damals gearbeitet hatte, war anwesend gewesen. Fliege war wenige Minuten später mit der Kündigung in der Hand im Polizeirevier der Stadt gesessen. Das war der Anbruch der Ära Medi-Süd gewesen. Scotty hatte sich Fliege ganz anders vorgestellt. Er hatte ihn als 70-jährigen Kreis mit Bierbauch eingeschätzt, der gerne Volksmusik hörte und nur noch arbeitete, weil ihm die Rente zu wenig war, er sich keine private Vorsorge angeschafft hatte und sowieso nur noch im Büro hocken musste. Tatsächlich war Fliege aber ein durchtrainierter, drahtiger Alt-68er. Die grau-weißen Haare waren lässig zu einem Pferdeschwanz gebunden und er trug eine riesige, verspiegelte Sonnenbrille, die an die Ansicht eines Ameisenkopfes durch eine Lupe erinnerte. Im Hintergrund klebten Plakate der Stones. Die Farbe des Schreibtisches konnte man nicht erkennen, denn überall auf der Tischplatte lagen wild verstreut rote und grüne quadratische Zettel. Einen Computer gab es nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank.